Hallo Freunde, ich habe Geld gespart und das will ich jetzt in den Safe tun. Und jetzt installiere ich ein Alarmsystem. Das wird dann direkt mit dem Hauptquartier der Pyjama-Helden verbunden. Heute ist diese Bank fällig. Freunde, der Chef ist unterwegs. Wir haben eine Besprechung. Was? Der Chef kommt? Oh oh. Oh oh. Da bin ich. Juhu, bin schon unterwegs. Da bin ich. Seid ihr bereit? Hallo Pyjama-Helden. Folgendes. Ich habe das Alarmsystem der Bank direkt mit eurem Computer verknüpft. Falls irgendetwas sein sollte, wird bei euch als erstes Alarm ausgelöst. Die Verbindung steht, Nicole. Wir behalten das im Auge. Aha, heute ist unser Tag. Weiß jeder, was zu tun ist? Ja! Na dann macht euch an die Arbeit. Hahaha. Ich steh schmiere. Mal schauen, wer alles kommt und geht. Und ich besorge einen Lastwagen für den Tresor. Wenn der Lastwagen da ist, können wir rein. Okay. Diese Laster ist perfekt. Oh. Romeo, Luna Girl, der Laster ist da. Ihr könnt rein. Los, Romeo, komm. Komm, Luna Girl. Der Seef ist im Keller. Haha. Ich kenne den Kot. Romeo, versuch einen anderen Kot. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Alles klar. 1, 2, 3, 4. Oh nein, Romeo raubt die Bank aus. Los, Freunde. Hast du der Polizei Bescheid gegeben? Ja, hab ich. Oh, oh. Oh nein, die Pyjama-Helden. Nix wie weg hier. Los, Freunde. Jetzt geh schon auf. Romeo, wir wollten doch den ganzen Seef mitnehmen. Stimmt ja. Ist der schwer. Warum dauert das denn so lange? Wo ist denn der Laster? Der war doch eben noch hier. Jetzt, Jungs. Ha, haben wir euch. Hä? Ha, hab ich dich. Oh, oh. Hey. Lass uns rein. Was soll das? Ihr kommt mit aufs Polizeirevier. Für das, was ihr getan habt, werdet ihr eingesperrt. Dankeschön, Pyjama-Helden. Hm, gern geschehen. Ha, das Alarmsystem hat gute Arbeit geleistet. Tja, das und meine Alarmanlage war wirklich eine gute Idee. Tschüss.